Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal und heute spielen wir Battlefield 1 und auf Eroberung und ich habe mir hier mal einen Panzer geschnappt, also einen Panzerwagen. Damit kann ich am besten spielen. Ja jetzt, jetzt ist die Frage, oh shit, das ist richtig hardcore, ey, das schaffen wir nicht mehr. So, haben wir einen Panzer zur Verfügung? Natürlich nicht, könnte es auch anders sein, ist eine Glückssache, man muss schnell sein. So, aber hier ist noch was frei. Boah, wow, tolle Sicht hier, muss ich steilen. So, ich würde sagen, ich steige hier raus. Na, ah, ich bin mal. So, ich gehe nach oben. Bam, in die Rübe geballert. Oh, oh. Wir sind nur Gegner. Boah, ich habe gedacht, das wäre ein Feindlicher. Nice. So, Klasse 4 mit dem Sniper. Jetzt habe ich, glaube ich, auch noch mehr freizuschalten. Also, kann ich freischalten, glaube ich. So war das. So, erobert. So, ab zum nächsten. Gut, ist näher dran. Hier, B. Das Ziel dort, erobert. Wartet auf uns. Aber auch Punkte. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. So, das haben wir auch erubert. Wir haben Einsatzziel Bertha, erobert. So, das sehen wir noch. Komplett da oben. So, das sehen wir noch. Komplett da oben. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Ah, Gott. Wir haben Einsatzziel Belfer verloren. Hot. Lさい. Was? Nicht getroffen. Da war er schneller als ich. So, nochmal zu Arschen. Das Ziel darf nicht fallen. Verteidig das. Oh, shit. Voll nicht getroffen. Jetzt haben wir das hier nochmal richtig schön eins bekommen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Oh Mensch. Ich glaube meine Cam ist schon wieder abgestürzt. Meine Cam ist abgestürzt. Das ist so eine Kacke. So, Kamera aus, Kamera an, Kamera an, Danke, Dankeschön. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Äh, ja... Ich kriege mal so ein Ding hier. Vorwärts, erobert das Ziel dort. Ja, muss hier immer alles im Weg stehen. Oh Mann, mein Cam. Die Scheiße. Jetzt ist es gut. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Vorwärts, erobert das Ziel dort. Und jetzt ist es so ein Ding. Wir verlieren. so Okay, er hat so eine perfekte Position. Da muss er. Ehh, gut, Grundsatz. Jo, wahrscheinlich. Aufstreffer. Ich bin verlangt, helft mir! Ich kann mich mal jemand zusammenflicken! Ne, das ist so. Mein Gott. Jo, da kommen sie alle von hinten allein. Wir verlieren Einsatz von den Albern! Oh, skonp. Okay, ey. Fiste. Seh mich hier nicht. Ah ja, cool. So, da würde ich auch noch mal fallen. So, das muss ich auch noch nicht. Überhaupt nicht. So, das ist ein Einsatzziel. Albert verlor. So ist... Oh, ich hab jetzt... Ey, ich gern bei uns aber... Ist doch viel besser. So, jetzt bin ich jetzt für Arsch. Weiter! Erobern! Diese Stadt. Zwischen. Ja. 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 Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Einsatzzier Cäsar. Erobert dieses Tier! Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Das Ziel verteidigen! Schade. Wir müssen das Ziel um jeden Kreis halten! Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Ne, das ist nicht gut geworden. Das Ziel dort erobern! Wir sind in der Nichts! Oh nein! Wir sind in der Nichts! Wir sind in der Nichts! Wir sind in der Nichts! Wir sehen uns. das war so klar dass von hinten einer mich schreit ich hab's die ganze zeit geahnt so ist zug bloß es gibt da ist das so gut so, der ist ja schon kaputt komm schon ja Das ist die Krone heute, ey, seid glücklich, ich kann nicht mehr durchsuchen. Oh! Ah, das war so klein. Aber fast. So, ich spiel noch diese Runde Sniper. So, ich spiel noch raus. Das schaffen wir niemals. Wir verlieren Einsatzziel Danta. Verteidigst das Ziel bis zum letzten Mal! Oh! 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 Oh, okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.